Menschen werden monatelang ohne Urteil vorsorglich ins Gefängnis gesteckt. Die Polizei beschlagnahmt die persönliche Post oder schnüffelt in privaten Nachrichten unbescholtener. Gegen Bürger wird ohne konkrete Hinweise ermittelt. Polizisten werden mit Hankranaten ausgerüstet. Dieses Lied ist gegen den Bullen, dieses Lied ist gegen Faschisten, gegen Frauenfeinde und alle anderen Arschlöcker. Untertitelung des ZDF, 2020 Starten, Steindriffe und Molotov-Proxels, Angriffe auf hohe Fahrzeuge. Die Beroline, Uhrzeit 15.39 Uhr mit einer Mitteilung oder Durchsage. In Friedrichshain, Riga Straße, Ecke Proskauer Straße sind soeben Steine auf Polizeifahrzeuge und Polizeibeamte gespuckt geworfen worden. Die Beroline, Uhrzeit 15.39 Uhr mit einer Mitteilung oder Durchsage. Durch das Liedidžein. Im Friedrichshain,law individually mit einer Mitteilung oder Versteiner. Der Auflage des ZDF, 2020 Und gegen die W 2007-Einträume nicht höher und super buch im Mixtrad gewesen sind. Regelträume, sozusagen, von brennenden Varikanen. 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 Ich will allen warten, hier hab ich keinen, andere Leute fallen ein, lassen beide Kinder ein, die gewandt, die gewandt, die gewandt, die gewandt. Einen schönen Tag, lassen wir die Zäune von dem großen Werden ein, lassen alle Kinder rein, das wird fein, das wird fein, das wird fein. Einen schönen Tag, das wird mir ein Ziel heißen, bei einem Jahr zu finden, das wird reichen, das alles ab und auf den Weg. Und danach noch eine Tee hoch, was wäre hier reichen, die dumm in Anzupung, kann ich so alles mal probieren, ein Stochi-Farikat, schneidet den Weg ab, noch ein Team hier aus, heute machen wir sie fast. Schreien den Druck, 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 schreien den Druck. Schreien den Druck, Schreien den Druck, schreien den Druck, schreien den Druck. Wenn ihr den Krieg haben wollt, dann säht nur weiter Wind. Der Sturm kommt zu euch zurück, wenn wir wieder ohne Wohnung sind. Dann besetzen wir eure Willen und die Deutsche Bank und den Deutschen Reichstag. Und dann ist morgen Rotenland.